dp audiobooks präsentiert whitehall manor haunted hearts von marlena anders gelesen von lisa müller wir wünschen viel freude beim hören kapitel 1 hätte mom auf dem foto so gelächelt wenn sie gewusst hätte dass ihr leben stunden später enden würde das blitzlicht spiegelte sich in ihren brillen gläsern auch wenn es auf dem polaroid foto nicht zu erkennen war wusste ich dass wir die gleiche augenfarbe besaßen dad hatte nie wirklich davon gesprochen nie von ihr gesprochen aber worte waren nicht nötig gewesen um seine gedanken zu offenbaren es war ihm anzumerken gewesen dass es nicht leicht war mich anzusehen wenn dabei mams augen zurückschauten sein zusammenzucken hatte ihn nicht nur einmal verraten ich wusste dass es nie mit böser absicht geschehen war dad hatte sich immer mühe gegeben mir eine schöne kindheit zu bescheren und irgendwie die tatsache auszugleichen dass ich nur mit einem elternteil aufwuchs angefangen mit den geflochtenen zöpfen die am anfang nicht als solche zu erkennen waren bis zu dem einkauf von hygieneprodukten als ich in die pubertät kam wahrscheinlich hatte dad das polaroid damals geschossen eine vermutung von vielen die ich aufgestellt hatte besonders nachdem ich die habseligkeiten aus unserem haus hatte ausräumen müssen ein wasserfleck auf dem foto hatte das logo auf dem orange braunen pullover unkenntlich gemacht den mam trug in einer hand hielt sie einen schmalen ordner von dem ich nur annehmen konnte dass es sich hierbei um das drehbuch der aufführung handelte die an jenem abend premiere gefeiert hatte im hintergrund teilweise verdeckt durch ihre blonden locken leuchtete ein roter samt vorhang mom war als schauspiellehrerin der größte fan ihrer schützlinge gewesen obwohl ich zum zeitpunkt ihres todes noch sehr jung war erinnerte ich mich an ihre begeisterung wenn sie über ihre arbeit sprach die leute sagten dass es seltsam war dass ich mich an jenen abend erinnerte dass ich es mir zusammengesponnen haben musste ich sah es jedoch deutlich vor mir mom war so aufgeregt so stolz ihre euphorie war ansteckend gewesen sie hatte mit mir zur musik der aufführung getanzt soweit man das hatte tanzen nennen können sie hatte mich auf ihren füßen abgestellt und uns schunkelnd im kreis bewegt während dad den dj dazu gemacht hatte es war einer der momente der gut konserviert in meinen erinnerungen überlebt hatte wenn ich nachts im bett lag und die augen schloss konnte ich ihr lachen beinahe wieder hören ihr sommerlich fruchtiges parfüm riechen den sanften druck auf meinem haar spüren wenn sie mit ihrer hand über meinen scheitel fuhr irgendwann nehme ich dich mit und dann siehst du es mit deinen eigenen augen floh es ist ein wenig magisch und wie sie es versprochen hatte war nun der zeitpunkt gekommen es hatte nur 14 jahre und eine weitere beerdigung gedauert bis ich mir selbst ein bild von der schule machen konnte an der sie unterrichtet hatte viel später als sie es sich wahrscheinlich vorgestellt hatte ich blinzelte und spürte die tränen an meinem wimpernkranz es tat weh hier zu sein an dem ort an dem meine mom so gern ihre zeit verbracht hatte gleichzeitig fühlte es sich wie ein verrat an dad an wie ein gebrochenes versprechen ihm gegenüber das ich nie gegeben hatte er hatte nie hierher zurückkehren wollen ich hingegen wollte es unbedingt ich wollte herausfinden was ihre faszination für diese schule ausgemacht hatte und wenn ich glück hatte ein wenig von ihr hier wiederfinden schließlich würde ich nun durch dieselben flure wie sie wandeln in denselben klassenzimmern sitzen dieselbe aussicht genießen und mom damit hoffentlich ein wenig näher sein ich sah vom foto auf jemand hatte vergessen das oberlicht auszuschalten der grund wieso ich überhaupt hierauf aufmerksam geworden war nach meiner ankunft war ich verloren durch das hauptgebäude gewandert der angekündigte empfang war ausgeblieben also hatte ich mich allein auf den weg gemacht bis mir durch ein seitenfenster das theater aufgefallen war ich hatte nicht vorbeigehen können nicht mit dem foto in meiner jackentasche das sich in dem moment glühend heiß angefühlt hatte während ich den blick wandern ließ verstaute ich das polaroid sorgsam seit 2009 hatte sich nicht viel verändert inzwischen bestückte ein waldgrüner samtvorhang die bühne doch abgesehen davon schienen alle details der fotos gleich geblieben zu sein nun verstand ich auch weshalb sich grandma geweigert hatte aus dem auto auszusteigen um sich von mir zu verabschieden es war beinahe als wäre keine zeit vergangen stattdessen hatten wir auf der rückseite des mercedes eine etwas ungelenke umarmung hinter uns gebracht ehe ich aus dem auto gestiegen war und der taxifahrer das fahrzeug vom parkplatz gelenkt hatte die erinnerungen an vergangene zeiten mussten erdrückend für grandma gewesen sein auch wenn sie es sich bis zum schluss nicht hatte anmerken lassen ich war dankbar dafür dass sie es mir ermöglichte hier zur schule zu gehen auch wenn ich bedauerte dass sie nun allein in dem großen haus mit den zugigen fenstern sein würde die stimme ließ mich herumwirbeln sie gehörte zu einer schülerin deren blick versprach mich unter ihren dog martens zerquetschen zu wollen ihr schwarzes haar war zu einem kurzen bob frisiert worden mit einem pony zu beiden seiten der ihr gesicht schmaler erscheinen ließ unter ihrem dunkelgrünen tweetblazer lugte ein schwarzer rollkragenpullover hervor der ton in ton mit ihren engen leggings ging alles an ihr schrie elitäre internatsschülerin du hast hier nichts zu suchen ich dachte hier wäre jemand anscheinend hat jemand vergessen das licht auszuschalten überflüssig hier hat niemand irgendwas vergessen erwiderte sie mir entging der blick nicht mit dem sie mich von oben bis unten musterte kurz blieb er an meinem rucksack hängen den ich über einer schulter trug ich konnte ihr förmlich ansehen dass sie sich eine meinung bildete die nicht gerade schmeichelhaft war es findet gleich eine probe statt aber wie ich eingangs sagte streuner haben hier nichts verloren grandma wäre nicht beeindruckt wenn ich an meinem ersten tag ein handgemenge anzetteln würde daher atmete ich einmal tief durch und sagte sorry ich hatte noch keine zeit mich umzuziehen heute ist mein erster tag ich war eigentlich auf dem weg zur direktorin rue hier ist sie auf jeden fall nicht das mädchen hob herausfordernd das kinn an und verschränkte die arme vor der brust das sehe ich miss marple ich konnte nicht verhindern dass sich frustration in meine worte mischten was ist dir widerfahren wie bitte was ist dir widerfahren wiederholte ich dass du zu fremden so gemein sein musst etwas veränderte sich in ihrem blick ich kannte diesen ausdruck ich hatte es selbst gefühlt diese leere diesen schmerz von dem man dachte dass man ihn mit niemandem teilen konnte bei dem die verzweiflung einen dazu trieb jede helfende hand wegzuschlagen aus angst noch weiter verletzt zu werden sie war auch nur eine arme seele die ihren schmerz auf andere übertrug um sich selbst besser zu fühlen fremde leute schleichen in teilen der schule herum in denen sie nichts verloren haben das ist passiert gab sie kühl zurück soll ich dich jetzt zu mrs drew begleiten oder willst du mich weiter beleidigen ich fragte mich wann ich sie beleidigt hatte aber ich war tatsächlich auf dem campus der whitehall manor verloren gegangen daher wäre ein wenig hilfe gar nicht verkehrt das wäre großartig dann los ich hab nicht viel zeit das mädchen machte auf dem absatz kehrt und führte mich den spärlich beleuchteten flur entlang über unseren köpfen knackten die leuchtstoffröhren diese hatten der einsetzenden dämmerung nicht viel entgegenzusetzen die sich bedrohlich durch die fensterfront zu meiner linken presste es musste einige zeit seit meiner ankunft vergangen sein vorhin war der innenhof auf den wir zusteuerten noch deutlich zu erkennen gewesen ich bin ray seito so nebenbei bemerkt sagte sie und hielt mir die tür auf damit ich hindurch gehen konnte der herbstwind trieb die verfärbten blätter vor meinen schuhen zusammen meine schritte knisterten während ich mich zu ray umwandte der luftzug bauschte ihren bob auf was ihr einen wilden ausdruck verlieh den namen solltest du dir merken ihr hinweis brachte mich so aus dem konzept dass ich vergaß mich ebenfalls vorzustellen wieso das halte deine freunde nahe bei dir aber deine feinde noch näher sagte sie mit einem lächelnden ohne meine antwort abzuwarten zog ray die flügeltür zu das schloss rastete mit einem lauten klicken ein verdattert starrte ich sie durch die scheibe an wirklich ist das nicht ein wenig dramatisch ray ließ sich nicht anmerken ob sie meine worte vernommen hatte und wandte sich ab ihre silhouette verschmolz schnell in dem dämmerigen flur frustriert rüttelte ich an der tür ohne erfolg ray hatte mich erfolgreich aus dem gebäude ausgeschlossen ich aktivierte zur orientierung die taschenlampe auf meinem handy der kartenleser an der fassade erweckte bei mir den eindruck dass ich auch nicht wieder ins gebäude an Vielen Dank.